Soooo Eroberung auf Morgendemmerer Willkommen auf dem DUCK Ententeich DUCK-CLAN DUCK ENT-COVER Kennst du das noch? Die schöne Filme, die sie früher in den USA zeigten im Kalten Krieg Nein, kenne ich nicht Das habe ich schon mal gesehen, DUCK ENT-COVER Ist denn der Kind, der in der Schule zeigt, wenn der Atomumbruch geht? Dann müssen sie sich ducken und decken PANZER! Was hat mich jetzt vorhin einen Bug? Ich habe eine Munitionskäste vor meiner Fresse Die hat wahrscheinlich auch jemand da hingelegt, oder? Auf den Panzer Ja, auf den Panzer So, das ist natürlich auch im Panzer, oder? So, wir müssen gleich vor Dann möchte ich hinten rum fahren, nach DELTA Während die den Panzer in den Arsch schießen Gibt's dabei? Ja, wenn ich hier irgendwie nochmal was zu Gesicht bekomme Ah, jetzt geht's Ich bin ausgestiegen und bin da eingestiegen, jetzt ist der weg Gut So, ich fahre links rum, du fährst rechts rum Schrauber Ja, ich fahre nach DELTA Schau mal, Carly liegt auch noch auf dem Weg, und da sind schon welche Wer ist hier? Ist der ein Panzer? Da vorne steht der Wo steht der Panzer? Ach du, hinter uns, über uns Ich schmeiße vielleicht C4 runter Ah fuck, das gibt's doch nicht Warte, da steht ein Plug, das mache ich in Glamour hier hin Dann schieße ich in den Arsch War nochmal einer, wo ist der andere? Ist der auf der Brücke oben? Anscheinend ist fest nicht deiner Position Zeitlicher Panzer Ja, da kommt ein Panzer Wie geil Der wollte mich abschießen mit der Rakete Schieß mich zu zweit ab, hilf mir Da ist ein Quad gestanden, das ich sehen soll Das Quad hat mich gerendet, da ist die Rakete ums Quad Geh, lass mich hinfahren Ach so, du bestimmt nicht mehr Da war noch hinfahren, ich wollte auch schnell weg Boah, siehme, das war voll der Fail Die hätten mich grad Verwürdig gesagt, ich glaube Ja, wie immer halt, oder? Äh, von rechts oben ist Panzer Ja, 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 ich seh'n Siehme, du hättest mitrücken sollen Von den ersten besprochen hatten Ja, das hat, das hat nicht funktioniert Wir hätten beide hinten rumfahren Oh, 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 what the fuck Der Panzer kaputt So, dann rücken wir nach Elvis Wo wir haben, wir haben einen Commander Und der Commander War zu Plump Ja, wenn der scheiß Panzer mal Gas gehabt wird Ja, der Position ist ein feindliches Fahrzeug Ja, da kommt ein komisch Hamiklomb da Mit so einer lächerlichen, lächerlichen 1500 PS Gasturbine Ja, der zieht doch nichts Ja, ne, ist klar Ja, da muss ich die 70 Tonnen Haar beschleunigen Ja, da muss ich die 70 Tonnen Haar beschleunigen What the fuck Ich hab'n feindlichen Panzerwagen gesichtet Hä? Ja, der hat Aktivabwehr, glaub' ich Das ist ein Wichser Panzerwagen gesichtet Der hat ne Iron Fist Der hat ne Iron Fist Das hört sich irgendwie von der Wehrseitee wie Das hört sich irgendwie von der Wehrseitee wie Nimm uns! Ja, ich weiß Luft, der schmeißt, der schmeißt ne Dings auf den Kopf Ne, ne, Slam Denk' ich mal Also ich geh' vielleicht gleich in die Luft Möglicherweise Ne, geh' ich nicht Da kommt noch ein Panzer Jetzt wird sich gefickt, Alter Jetzt wird sich gefickt, Alter Ich hab'n feindlichen Panzer in Sicht Soll, warum schießt er nicht? Hat er keine Munition mehr? Fick geil! Der hat nen Schießen können grad Alter, wieviel Gegner war er da schon wieder Ich pack' mal ne RPG, Alter Ich pack' mal ne RPG, Alter Die haben wir ja ziemlich, äh Die kann man ziemlich aus dem Hinterhalt schließen, das ist ganz praktisch Ich hab' keine so offene Weidefläche So, dann mach' ich mal die Mündungsbremse da dran Herbst! Oh, ich hab' einen Herbstfleck-Tar Fuck, da kommt ein Panzer! Hm, das sieht doch interessant aus Matt Nö, Matt Nö, ich nicht Ja, mal das, das sieht ganz interessant aus Oh, was geht bei euch ab? What the fuck, wer hat mich da troffen? Wer hat mich grad treffen können, der Wixar? Komisch von hinten Ich geh mal hinten rum Von hinten? Das war grad mein Plan Fuck Und der Panzer Arschelow Hahahaha Ja, klar Check schon wieder Sind da noch welche drin? Zeig dich jetzt ohne gesichtet Hier ist glaub' mir einer Ja, da sind noch welche Scheiße, da ist schon einer hinterm Container Draußer Schmeiß da mal ne Granate hin Fuck Ah, hier Mit dem Verdammt, Granate kommt Granate! Ja, IC Ich hab'n paar erwischt Ne, nur einen Verdammt Scheiße, warum verwecken die die? Ich hab'n paar erwischt Scheiße, warum verwecken die die? Mal auf, dass die nicht von hinten kommen Also gehen die ab Was? Ich hab' mich halt diesen Soldaten in Ordnung Noch mal einer erwischt Komm, ist von hinten, oder? Einer wird grad von hinten kommen Ich hab' den Ja, sag' ich doch Noch mal einer Da unten bei Da unten bei Bei, ähm, bei Delta sind da ein Haufen Mann, mir geht's gleich Munition aus, wenn ich so rumballer Achtung, andere Seite Da war grad einer Guck' du mal nach da, ich guck' hier Wir haben Einsatzstil echo neutralisiert Ich glaub' die sind wieder drin Das ist so n'untersparen Sie mich Was? Fuck Ich seh' den Typ net Mir wird's hier zu heiß, ich geh' mal weg Ja, ich auch Ah, guck' mal Fahr' mal nach oben Versuch's mal nochmal auf der andere Art Lief's von oben runter Ah, das ist der scheiß Hubschrauber da oben, verdammt Oh, da oben sind schon welche Oh, ein Care Package ist auch hier, find' ich gut Da krieg' ich Munition Wuii Hä, hallo Jetzt wird Panther Ich hab' Sichtkonferenz und verhalte Wenn die Kanal zur Entstellung ist Herhören Einsatzstil echo wurde neutralisiert Geht's noch lauter Yes Sir Also eigentlich lag der Sound einmal Ich muss nur zweimal hören Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet Südlich von dir und feindlich am Tag Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet Mö, ich jump' mal da rüber aufs andere Gebäude Nach Merda Sooo Ich schieße jetzt Verdammt Oh, die Benni spielt Battlefield 3 Ich hab'n feindlichen Soldaten Ich hab'n feindlichen Soldaten Ich hab'n feindlichen Ich hab'n feindlichen Position gesichtet Aber guck' mal, da unten hat's mal auf den Wein, ey Nein, das gibt's net Jetzt kann ich net so tief zielen Das kotzt mich an What? Ich war'n feindlichen Hallo Ich treff' da gar nichts Ich geh'n jetzt da Wir haben eins der Dreh, Alfa, Herr Ober! Einguss, die Hals und die Hals! Das gibt's doch nicht! Ich treff grad überhaupt nichts! Scheiße! Hinterm Bus ist schon noch einer! Nimm den Blasen, ich weiß nicht was! BAM! Lappt der noch? Loll, der hängt! Ich glaub der ist rausgeflogen! Guck mal hier! Guck mal die Drohne da oben! Er hat sich irgendwas aufgehängt! Achtung, Hubschrauber von hinten, geh weg! Loll, was war das grad? Das sind grad ein paar Drohnen in der Luft, die schwebt hier! Die hat sich nicht bewegt! Der Spieler hat grad vollgehängt! Fuck it! Ähm, bin ich tot! Ne, bin ich jetzt nicht so der Freund von! Schnelle Reparatur! Ich hab eh kein Repair-Tool dabei! Brauch ich den Scheiß nicht! Warum hab ich eigentlich schon wieder meine Standard-Kleidung an? Soll der Scheiß! Toll der Stadt-Tarnung gibt's ja auch nicht! Klasse! Zieh ich mal was neues! Link-Munition brauch ich nicht! Klar! Thermaltarnung! Ne! Tomar! Fleck-Tarnung! Lass ich auch mal! Schützen-Umfeld-Scan! Wär vielleicht ganz praktisch, oder? Umfeld-Scan! Wär vielleicht ganz praktisch, oder? Umfeld-Scan! Schützen-Panzer! Soll! Hm! Kanister-Munition! Interessant! Torakete, MG! Zuni-Raketen! Sind das solche Wolfram-Pfeile, oder was? Sind das solche Wolfram-Pfeile, oder was? Wenn ihr euch schon gesehen, für den Panzer gibt's jetzt auch verschiedene Munitions-Type. Ja! Eine Sabot-Munition. Ist so ein Pfeil, hat keine Explosion, ist nur so ein Pfeil. Ein Wolfram-Pfeil. Uran-Gehärtet. So! Wo ist das Zimmer denn? Schieb-X-Protekt. Schieb-X-Protekt. Hmm. Wow! Was war das? Ich glaube die haben gerade das Ding in die Luftbejagd, im Rückerschein gestürzt. Sabo, was ist dein Hausnummer? 39 39 39 Grün zu wissen. Ach ist das schön, guck mal die ganze Glut, die hier rumflopft, in der Luft. Gluten. Oh, verdammt! Eiche! An der Brücke oben sind wir hier. Okay. Komm nicht da nuff, alter! Probierst du nicht. Mmmmm, ja. Ich helf dir mal, im Snipern. Wolltest du denn jetzt nuff? Fuck. Ja genau, das meine ich. Drief hoch, ich komm da nicht oben, alter. Ich hab oben auf dem Dach, bei B ist einer. Ich hab'n feinlich, der, die kommt da nicht oben. Ja. Ich hab'n feinlich, der, die kommt da nicht oben. Hä? Wieso kommt man hier nämlich hoch? Mich verarschen? Der ist doch auch da hochgekommen grad, oder? Ja! Hä!? hololololololololololololololololololololo du musst schräg schräg, suchst es mal schräg wenn du schräg hin stehst? ja oh die haben den AT-3130 da fall doch mal die Unfaupilot raus ohhhh jetzt gibt's dann nicht, ich treff nix ja welches? Wenn das sieht das so schön, warte. Bauber. Oh, was macht der hier? Wir kommen von hinten. Oh, wie so ein Mixer. Wir wollten uns alle messern. Äh, Hubschrauber, komm. Oh oh. Ja. Da ist der Pilot drauf. Fallschlitt tot. Verdammt. Sieht auf der Karte nach, von der Nachschubbill. Ja. Wir haben einen Fall auf. Fährergesicht. Einsamteelpäter ist verloren. Fuck. Ist doch noch ein Panzer. Klasse. Fuck. Boah, dieser scheiß Hubschrauber steht hinter mir her. Aber jetzt werde ich nicht mal geheilt. Also ich werde hier nicht bleiben, Tom. Ich fahre jetzt hier oben nicht. Feindliche Drohne gesichtet. Hier ist der. Wir kontrollieren jetzt ein. Wir kontrollieren jetzt ein. Da ist doch noch so ein scheiß Panzer. Das gibt es doch nicht. Jetzt komme ich da nicht runter. Warte, ich habe es hier wieder drin. Ich habe hier in Deckung, da ist ein Panzer. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst in Deckung. Jetzt seid ihr auch hier unten. Du standst voll nebenan. Ich wollte jetzt eigentlich von oben runter und den Panzer mit C4 Luft jagen. Ja. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Südlich deiner Krieg. Aber warum schwärzt denn der so komisch? Der schwärzt gerade voll gay. Mein Männle. Erhören. Einsam zieht Bravo. Ist verloren. Ich hatte nur 100%. Ja. Oder was. Wow. Huh. Ich habe gerade vom Panzer drauf geworden. Anscheinend es blüht nicht deiner Position und feindliche Schaffsschütze. Jetzt sind die oben auf dem Dach. Das sind ganz große Gebäude. Wo Sam hier drin sind glaube ich noch welche hier oben. Hey. Das gibt es nicht. Boah. Schon wieder instant tot. Ja. Manchmal man es gewonnen schaut. Das ist immer toll. Man. Gibt es da nicht. Wut. 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 Da fliegen gleich hin rum. Achtung. Wir haben Einsatzstil Alpha verloren. Aber warte. War glaube ich eh. Jemand wurde gerade vom feindlichen Commander als HZ markiert. Der ist tot. HZ. Wut. Wurde als KZ. Markiert. Wut. Fuck wo geht's denn hier hin. Hier war ich ja noch nie. Entschuldigung. Wut. Dann weiß ich hier von nichts. Oh. Hier steht Pipeline. Übel. Na wie dunkel ist hier. Ich sehe hier gar nichts. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Grabo. WTF? Ah hier ist eine Rakete werfen Das war eine... eine AT4 Bäm So EZ Der bei Delta oder? Was ist denn der? Ist doch hier stehen Ah da ist er Dort Mutti Lass dich Hm Achtung Fack, ist er lebt er noch Drecksack Boah Festlichter, da kann ich zurück 20er Schlafschüsse zu sein Hä? Maaaannn Der arzt mit dem da so laut Nein! Noch ein Schitz Hilfgarage in einer Passt sofort auf Eurem Gebiet gesichtet Over! Hä? Fack Ich hab einem feindlichen MG Schützen nördlich von dir gesichtet Hm Ich seh da ein Haley Unser Netzwerk wurde gerade gehackt Kompeten Schlafen Schlafen Nördlich Deine aktuelle Motionsschatten Feindliche Panzerjäger zu sein Das ist die ganze Zeit Die Eingang Shit Wo wir kohlen, du da? Delta wird eigentlich Zeit näher Komm mit dem immer noch in der Gegend rum Ich helfe dir mal Sam Die Berufe wurde gerade abgebaut Ich schau da mit Augen raus Ich sehe das feindliche Soldat Halt! Bestlich deine aktuellen Position Bestens feindliche Schafschütze Ups, der benutzt doch einen Tux Voll altmodisch Penny, wie siehts aus? Hast du jetzt bellt mit der Unterklarung? Bestens feindliche Schafschütze Bestlich deine aktuellen Position Was hast du denn für interessante Rakete? Was sind das für welche? Das sind Anti-Infanterie-Rakete 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 Ich hab sie halt vorne gekriegt Und hab sie mal ausprobiert Okay Da oben steht noch ein Panzer 7 Links Bei dem hier Bei der... Achso und das seht uns Fuck it Oh oh Ich bin weg Wir pissen uns Boah hinter uns Komm Infanterie Von hinten Ja Ziele Institutionen Ich chill erstmal ne Runde Wtf Wtf Fuck Wieso hab ich den getroffen Sample ist du nur da Ja Da kommt doch noch auf jeden Fall ein Dreh von hinten Ich hab mich erholt von meiner Verletzung Ah okay Hab ein Ich helf dir Hi wie machen die Wichser das eigentlich Wtf Nein! Fuck! Das war jetzt wieder ein toller Spawnpunkt Die schmeißen wir mal die Granate so, dass sie instant explodiert Ja, das ist ne Impact Granate Ja Hast du sowas nicht? Das hast du bestimmt Au! Das müsstest du eigentlich schon haben Ich bin nur beim ersten Streifschluss tot Das nervt Ja Ich habe eine Waffe mit 200 Schaden, weißt Geht hier ab, wieviel Ganker kommen wir hier noch Die kommen alle von oben runter, oder? Die kommen von oben runter, da schauen wir da einer schon neben uns Wow Alter, ich habe hier grad 4 Leute oder so umbracht Das sind immer noch welche Ist ja unfassbar, die kommen von oben runter, gell? Nein, guck mal wo ich hänge Ne weh Hä, wo istst du denn? Ja 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 Der ist grad dahinter, ist auch so ein Idiot Neiggefahrer Ja Klasse Ich hab grad wieder so'n blöde Ruckler beim Rennen Das geht nur voll auf den Sack Schrauben wär jetzt nicht schlecht Haben wir denn einen? Nein Jetzt ist das Ding kaputt Verdammt Höh Endlich zu einer Stellung ist ein Feindpanzer Ich will den Panzer in Luft jagen Ich will den Panzer in Luft jagen Geht Wir haben ein Einsatzziel Delta erobert Aber schnell versehe, wir gehen ja voll ab Aber echt Viel zu schnell Einfach zu gut Ist halt weil der Benni nicht dabei ist, dann ist klar der Lauf Faulhalde Hehehe Hehehe Da spielt man wieder in der Vergangenheit Mhm Freischaltungen Infrarotoptik, Ghost Ring und Holo ACR Ok Mündungsbremse Eine Mündungsbremse Eine Mündungsbremse Mhm Schön, schön Was hast du für beschissene Starts? Ey, was hast du gemacht? Ich weiß nicht Er hat ganz normal gespielt, das Problem Ach so Ok Da war halt Faul Jaja closes Was hast du exit? indem du denkst Ok komm